Hey, hier ist Max von Max Epson und heute spielen wir wieder Clash of Clans und ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich brauche Gold und Elixier und der hier hat einiges an Elixier, ne den schaffe ich nicht, ich möchte hier nicht zu viele Trophäen verlieren, das wäre nicht so gut, aber naja, ok, äh, ne, ich brauche Gold und Elixier und der hat einiges an Gold, der hat halt Minenwerfer in der Mitte stehen und, ähm, ja, weiß nicht. Probieren wir mal hier anzugreifen, mhm, immer so von außen ein bisschen, hier nochmal, oh, ne, das geht, äh, ja, genau, so, immer von außen ein bisschen rum, vielleicht dann nochmal ein paar Minenwerfer reinballern, hier die kleinen Dinger, so, ok, äh, so, restlich kommen hierhin, so, vielleicht schaffen wir mindestens 50% oder, ja, war schon, wäre schon mal geschafft und, das Geile ist halt einfach, ich habe jetzt schon mal, alles Gold bekommen, also, außer die 5, das ist witzig, dass da alles einfach an die Minen und Sammlern drin war, das finde ich immer mega lustig, so an diesen Basen, Basen, an den, verschiedenen, wie nennt man das, Base, Basen, egal, ja, ok, es ist gerade schon spät, ich nehme halb neun auf, sonst nehme ich halt immer so nachmittags oder so auf, aber immerhin habe ich jetzt 63% und, ja, die verdauen, also, ich meine, 63% will hier schon mal keine Profäen und ich habe einiges an Gold bekommen, das ist cool und ich habe jetzt hier auch eine Arena zugeteilt bekommen, was ist das? Egal. So, dann bilden wir mal ein paar, oh, stimmt, ich habe den Magier! Ja, den mag ich. Ich versuche auch mal irgendwie meinen alten Account mit jetzt zu bekommen, weil da war ich übelst gut, also, ich war da voll weit und das war eigentlich ganz cool, so. Und nicht so viele, oh Gott, was mache ich denn da? So, darf noch mal ein paar, oh, noch. Das ist halt für sich, ja, komm, ich muss eh mal wieder den ganzen Dreck hier beiseite bringen und dann wird das schon irgendwie was. Vielleicht habe ich dann wieder ein paar mehr gewählen. Hä, was ist das denn für ne Base? Gott. Oh, der hat auch nix. Ich brauche ein bisschen Lächschen Gold. Ich will nämlich demnächst meine Mauern auch upgraden, unter anderem. Wurde mir auch letztens in den Kommentaren, äh, in die Kommentare was mir reingeschrieben ist, dass ich einfach mal meine Mauern upgraden soll, weil die halt immer wichtiger werden, wurde mir gesagt. Ich leg's mir halt immer so die Tipps in den Kommentaren immer durch, weil die sind dann schon oft hilfreich und auch, ja, ist ganz nice, wenn ihr so Tipps in die Kommentare reinschreibt. Okay. Hm. So, ähm. Wieso haben die alle nix? Okay. Dann nicht. Hä? Oh. Uiuiui. Wo ist denn das alles? Minen und Sammler schätze ich mal ganz grob. Okay, das, das freut mich. Das ist ganz nice. Ähm. So, ein bisschen außenrum. Jetzt haben wir die Magie hier so hin. Hier auch noch einen. Und hier nochmal verstärkt so ein bisschen, weil da haben wir den Minenwerfer. Ich will zoomen. Das Zoom geht hier am PC so schlecht irgendwie. So, okay. Ich hoffe, das klappt. Das nervt ein bisschen, diese rote Texte alles, aber. Ey, ich hab immerhin schon wieder mehr als 50 Prozent. Oh Gott, die ganze Magie, ja, lol. Das ist witzig. Ah, das erste Mal, dass ich auf dem Bekauf mit dem Magie ins Spiel. Lustig. Ey, das wär, das wär jetzt noch mega nice, wenn ich den Minenwerfer wegbekommen würde. Das wär. Oh Gott. Ja. Ja. Nice. Oh. Hä, vielleicht schaff ich da 100 Prozent. Naja, okay. Oh. Ah, lustig. Ich find die Magie echt genial. Ich hatte die halt auf meinem alten Account auf dem Handy. Äh, hatte ich die auf Level 5 oder so. Oder 4. Oder 5. Irgendwie so um den Dreh. Magier gegen Magier ist da. Ich hab sogar jetzt alles bekommen. Hä, seit lange einfach. Ich hab vor lange kein 100 Prozent mehr bekommen. Das heißt, ich muss einfach noch jetzt... Was bringt diese Mauer da? Was steht die da so rum? Hä? Naja, okay. Immer damit noch eine Minute für die Zeit, diese blöde Bauhütte da zu zerstören. Das soll ich auch schaffen, denke ich. Boots und, ja, gewonnen. Perfekt. Wir haben jetzt einfach 100 Prozent mal wieder geschafft. Hä? Hätt ich jetzt echt nicht gedacht. Aber ich find die Magier echt genial. Wie viel brauch ich hier? 750.000. Dafür könnten wir schon mal langsam sparen eigentlich, oder? Oder sollte ich erst wieder alles upgraden, damit... Naja, ich weiß nicht, weil das kann ich halt nicht upgraden. Kann ich Magier ver... Ja, machen wir das mal. Why not? Ähm... So, wir versagen wir einfach direkt in den nächsten Kampf hinein. Wir gehen in den Kampf. Oh Gott! Oh Gott! Der ist alles in die Minensammler. Das kann man so hören. Oh nee, das schaff ich vielleicht. Hm, okay, nicht... Ich schaff jetzt keine 50 Prozent, aber... Hm... Ich hoffe einfach drauf, dass ich irgendwie das ganze Gold und so bekomme. Das wäre vielleicht ganz fresh. So. Okay, jetzt machen wir hier nochmal so. Ähm... Oh Gott, der hat heftig viel, aber meine ganzen Truppen sind schon tot. Aber der hat halt ehrlich voll viel. Ich hab auch schon voll viel bekommen. Hoho! Hä? Ah, ich drück... Ich drück die richtige Taste, aber ich drück mich irgendwie, aber nee. Oh Mann, da ist so viel drin. Aber der hat voll die gute Verteidigung. Hä? Wo? Ach da. Nee, der bringt mir nix mehr. Schade. Immerhin hab ich jetzt schon 179.000 Gold bekommen. Das ist voll viel. Das ist heftig viel. Das ist voll nice eigentlich so. Sonst ich... Oh, die verbraten auch nicht gewählen. Ja. Gut, hab ich gesagt. Hm. Wie viel kann ich denn da mehr davon leisten? So. 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 Dann müsste ich... Ich sag, kurz ein bisschen. Ein paar Bäume umhacken. Umfällen. Damit ich wieder ein paar Juwelen bekomme. Das mach ich halt irgendwie immer so. Ähm. So läuft das hier mit den Juwelen. Die Weihnachtsbäume baue ich übrigens nie ab, weil es sind Weihnachtsbäume. Die behält man. Die gibt's nur einmal. Also Weihnachtsbäume halt, ne? Sowas wie Halloween, da Kessel behalte ich auch immer. Habe ich jetzt mittlerweile eigentlich genug oder... Wie steht's? Hm. Nee. Das ist blöde. So. So. Ah, ich hab genug. So, dann würde ich sagen, muss ich demnächst einfach mal wieder an Juwelen sparen, denn davon hab ich jetzt nicht mehr so viele. Dann müsste ich mir... Oh Gott, der hat auch wieder so viel. Obwohl... Nee, der hat wieder zu einem Minenwerfer. Ich muss auf jeden Fall wieder Alex... Äh, Alex hier sparen. Ich meine Truppen. Nein. Was... Was glaube ich hier? Ich muss mal wieder, ähm, Gems sparen. Davon brauche ich wieder welche. Hä? Das verstehe ich jetzt mal so null. Ähm. Kampf finden. Okay. Versuch mal einfach mal noch einen Kampf wieder. Nix dabei. Nix dabei. Die haben alle einfach so wenig. Das ist doch blöde. Warum haben die alle so wenig? Der hat auch nix. Der auch nicht. Was soll denn das? Ähm. Oh, der hat einiges in Gold. Das... Den greife ich an. Wo hat der denn das alles drin? Okay. Er hat... Ähm. So. Okay. Mach ich mal so. Ähm. So. Nein, nicht da hinten drauf gehen. Äh, nein. No, no, no. Dude. Äh. Okay. Ähm. Oh Gott. Wie sieht da alles so laufen? Oh, Mann. Hier haben wir jetzt schon zwölf... Äh. Zwölf Stunden. Nice. Okay. Bitte geht... Als ob der da fallen hätte. Was ist der denn für einer? Komm. Bitte zerstört einfach die Minenwerfer. Der ist am wichtigsten zu zerstören. Ähm. Bitte. Zerstört den. Minenwerfer. Jetzt. Okay. Der Magik ist auch ganz heftig. Recht heftig. Also ob die es aus Rathaus gehen und nicht auf das... Hä? Was ist das denn für welche? Immerhin lebt der Typ noch. Aber nie mal lange. Boots. Ich habe immerhin 55% und einiges von dem Gold bekommen. 60, 80.000. Uh. Bin ich knapp dran. Ich habe einfach mega viel Gold. Was ist das denn? Oha. Aber dafür habe ich halt jetzt mega wenig Elixier. Und das ist naja, ne? Okay. Äh. Machen wir davon mal wieder so ein paar. So sagen wir mal 13. Und den Rest wallern wir von denen voll. Oh. Oh. Okay. Wieder so irgendwie. Die gleiche Menge einfach. Oder ne. Machen wir da einfach mal so draus. Und dann würde ich sagen. War es das jetzt von dem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja. Bis dahin. Und ciao. So. Das war es vom Video. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst euch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und hier unten seht ihr ein rundes Logo. Mein Logo. Und da könnt ihr draufklicken. Und da kommt ihr zu meinem Kanal. Und vergesst nicht zu abonnieren. Damit ihr keine weiteren Folgen von mir verpasst. Hier links und rechts seht ihr zwei weitere Videos von mir. Falls ihr die noch nicht gesehen habt. Klickt einfach mal drauf. Und dann viel Spaß dabei. Und dann würde ich sagen. Bis dahin. Ciao.